Kapitel 9.7 Die Herkunft der Diadochenkönige Alexander der Große starb im Jahr 323 v. Chr. und hatte keine Erben. Er hatte eine persische Prinzessin geheiratet, die von ihm schwanger war. Nach Alexanders Tod gebar sie einen Sohn, war aber nicht in der Lage, sein Reich zusammenzuhalten und weiter zu regieren. Sie musste fliehen und wurde später mit ihrem Kind ermordet. Nach Alexanders Tod teilten zunächst fünf, später dann vier Generäle sein Reich unter sich auf. Diese vier Generäle waren die sogenannten Diadochen. Lysimachus, Kassander, Ptolemäus und Zeloikus. Daniel 11, Vers 3 beschreibt dies so. Danach wird ein mächtiger König aufstehen, das ist Alexander der Große, und mit großer Macht herrschen. Und was er will, wird er ausrichten. Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und auf die vier Winde des Himmels, das heißt auf seine vier Generäle, zerteilt werden. Nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte. Denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden, nämlich seinen Generälen. Daniel 7, Vers 6 erwähnt ebenfalls die vier Diadochen. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther, das ist Alexander der Große, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, die vier Diadochen. Und ihm wurde große Macht gegeben. In Daniel 8, Vers 8 finden wir ebenfalls deutliche Hinweise auf die vier Diadochen. Und der Ziegenbock wurde sehr groß, und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, das ist Alexander der Große, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Das sind die vier Generäle, die Diadochen. Wir sehen später, dass auch im Standbild die vier Diadochen zu finden sind. Denn, wie schon gesagt, handelt es sich nicht um zwei Beine, sondern um vier Schenkel. Ein Hinweis auf die vier Diadochenkönige. Die oben genannten vier Generäle bemächtigten sich also des alexandrinischen Reiches. Zunächst gab es abwechselnde politische Koalitionen und Konstellationen unter ihnen, bis sich schließlich Lysimachus, Kasander, Ptolemäus und Seleukus durchsetzten. Jeder von ihnen nahm für sich den Anspruch, rechtmäßiger Nachfolger Alexanders zu sein. Den Beweis hierfür konnte aber nur der antreten, der die drei anderen besiegen und so das ganze Reich Alexanders auf sich vereinen würde. Die beiden Diadochenkönige Lysimachus und Kasander waren mehr oder weniger bedeutungslos, weil zu schwach. Ptolemäus und Seleukus entgegen waren die beiden wichtigen Diadochenkönige. Ihre beiden Dynastien und ihre gegenseitigen Kriege werden folgerichtig in Daniel 11 in höchster Ausführlichkeit und ausnehmender Detailtreue beschrieben. Hier die Abfolge der Ptolemäerkönige, die in Daniel erwähnt werden. Von 323 bis 285 Ptolemäus der erste Sortea. Von 285 bis 247 Ptolemäus der zweite Philadelphus. Von 247 bis 222 Ptolemäus der dritte Euergetes. Von 222 bis 205 Ptolemäus der vierte Philopator. Von 205 bis 182 Ptolemäus der fünfte Epiphanes. Von 182 bis 145 vor Christus Ptolemäus der vierte Philometor. Die Abfolge der Seleukidenkönige, die Daniel in Kapitel 11 ganz besonders beschäftigt, war folgendermaßen. Von 312 bis 281 Ptolemäus der erste Nikator. Von 281 bis 261 Ptolemäus der erste Sortea. Von 261 bis 246 Ptolemäus der zweite Theos. Von 246 bis 226 Ptolemäus der zweite Kalinikus. Von 226 bis 223 Ptolemäus der dritte Sortea. Von 223 bis 187 Antiochus der dritte der Große. Von 187 bis 175 Seleukus der vierte Philopator. Von 175 bis 163 Antiochus der vierte Epiphanes. Die Seleukiden besaßen während ihrer größten Ausdehnung ein Gebiet, das ungefähr dem heutigen Syrien entspricht und sich zudem über Teile der heutigen Türkei, den kompletten Irak und Iran und bis zum Indus erstreckte. Die Ptolemäer hingegen regierten mehr oder weniger in dem Gebiet des heutigen Ägypten. Die Seleukiden und die Ptolemäer kämpften über Jahrhunderte hinweg sehr heftig gegeneinander und weil sie sich gegenseitig in Schach hielten, hatte im Westen das römische Reich ausreichend Zeit, groß und mächtig zu werden. Nach langen und zermürbenden Kämpfen war der letzte der in der Bibel genannten Seleukidenkönige, Antiochus der vierte Epiphanes, im Sommer 168 v. Chr. im Kampf gegen das Ptolemäische Reich sehr erfolgreich und kurz davor seinen langjährigen Konkurrenten endgültig zu besiegen und so Nachfolger Alexanders und Beherrscher der damaligen Welt zu werden. Dies blieb ihm jedoch verwehrt, da Gaius Popilius Laenas, ein angesehener Politiker Roms, ihm entgegentrat und ihm vorschrieb, wieder nach Hause zu ziehen, ohne seinen Plan auszuführen. Diese Begebenheit ist als der Tag von Eleusus berühmt geworden und in die Annalen der Geschichte eingegangen. Daniel beschreibt das in Daniel 11, Vers 29 folgendermaßen Nach seiner Niederlage in Ägypten zog Antiochus der vierte zurück nach Jerusalem, zerstörte dort erneut die Stadt, verunreinigte den Tempel und stahl umfangreiche Geldsummen, die er für seine weiteren Kriegszüge im Osten des Reiches benötigte. Wikipedia schreibt unter dem Begriff Tag von Eleusus, Eine Folge dieses äußerst wirkungsmächtigen, aber auch schroffen Vorgehens des Popilius, neben der demütigenden Vorführung des Selogiden durch Rom, war die eindrucksvolle Untermauerung des römischen Hegemonieanspruchs im östlichen Mittelmeerraum, wo die einstigen hellenistischen Großmächte zu fast ohnmächtigen Statisten degradiert worden waren. Die nachfolgende römische Politik war denn auch darum bemüht, die übrig gebliebenen Mächte zu schwächen, wo immer es ging, und jede Machtverschiebung zu verhindern. Auch die taumelnde ptolemäische Herrschaft über Ägypten wurde noch einmal bestätigt, aber nur um den Preis, von nun an nicht mehr als ein römisches Protektorat zu sein, wenn auch die Eigenständigkeit formal gewahrt wurde. Das Ende dieser Entwicklung war im ersten Jahrhundert vor Christus erreicht, als zunächst die Reste des Selogidenreichs in Syrien im Jahr 64-63 vor Christus und schließlich Ägypten im Jahr 30 vor Christus zu römischen Provinzen wurden. Kapitel 9.8 Ist Kittim denn nicht Rom? Viele wenden ein, dass Kittim als ein Sinnbild für das römische Reich zu verstehen wäre und dass Popilius Römer gewesen sei. Wikipedia schreibt dazu, Die biblische Bezeichnung Kittim wird meist als das Königreich Kittion auf der Mittelmeerinsel Zypern gedeutet. Der Begriff scheint jedoch auch allgemein den Westen bezeichnet zu haben. Bibelkommentare.de schreibt, Im Alten Testament werden mehrfach die Schiffe aus Kittim erwähnt. 4. Mose 24, Jesaja 23, Daniel 11 Der Name weist ursprünglich auf Zypern hin, aber in Jeremia 2 und Hesekiel 27 wird von den Inseln der Kitea gesprochen. Es ist also offensichtlich, dass hier weitere Inseln mit Zypern verbunden werden. Anmerkung der Redaktion Diese Formulierung schließt wohl alle Insel- und Küstenbewohner des Mittelmeers mit ein. Vergleiche die Anmerkung zu den erwähnten Stellen in der Elberfelder Übersetzung. Kittim bedeutet also im engeren Sinn Zypern. Die Redaktion von bibelkommentare.de vermutet als Vertreter der Rom-Theorie, dass eventuell auch alle Insel- und Küstenbewohner des Mittelmeers gemeint sein könnten. Naheliegender ist aber die Ägäis mit ihren vielen Inseln. Im historisch verbürgten Zusammenhang kam Laenas aus Delos, also tatsächlich aus der Ägäis. Schiffe in Kittim meint hier also in keinster Weise Rom, sondern bestenfalls die Ägäis. Daniel hätte durchaus das damals schon existierende römische Reich benennen oder zumindest umschreiben können. Er tut es aber nicht. Obwohl Rom, wie bereits erwähnt, auch schon 190 v. Chr. den Seleukitenkönig Antiochus III. besiegt und ihm im Frieden von Apamea 188 v. Chr. hohe Kriegsschulden auferlegt hatte. Beim Studium von Daniel 11 drängt sich geradezu der Eindruck auf, als ob Daniel sagen möchte, ich habe Rom nicht übersehen, aber ich meine Rom nicht. Gleichwohl wird, wie eben beschrieben, immer wieder versucht, Kittim bzw. den Begriff die Inseln auf Rom zu klittern, um die gewohnte Theorie aufrechtzuerhalten. Roms Politik und Kriege werden in Daniel in Form zweier Beamter zwar gestreift, also mit Lucius Cornelius Scipio Asiaticus und Gaius Popilius Laenas, aber nur so weit, wie dies für die Geschichte der Diadochen von Bedeutung ist. Damit ist das riesige römische Reich in der Prophetie Daniels nicht mehr als eine Randerscheinung, so unglaublich dies auch klingen mag. Kapitel 9.9 Die Beine des Standbildes Aber zurück zum Standbild. Worin genau besteht die Verbindung der Seleukiten und der Ptolemäer zu den beiden Beinen des Standbildes? Oben wurde ja gezeigt, dass die Beine eines Standbildes unter ihrem Rumpf stehen müssen, weil Standbilder im Allgemeinen sonst umfallen. Wenn die beiden eisernen Beine auf Rom zu deuten wären, würde das Standbild nicht stehen können. Sucht man aber nach einer biblisch belastbaren alternativen Deutungsmöglichkeit für die beiden Beine, die im vorderen Orient liegt, wird diese bei durchgängiger Beachtung des Danielischen Textes in Kapitel 11 gefunden, denn dort werden die beiden Beine in Form der Seleukiten und Ptolemäer in aller Ausführlichkeit beschrieben. Wir haben eben in Daniel 7 und Daniel 8 und nun auch in Daniel 11 deutlich sehen können, dass Daniel in seinen prophetischen Bildern auf Alexander den Großen die Diadochen folgen lässt. Die Seleukiten und Ptolemäer sind zwei der vier Diadochen. Die Beschreibung der beiden Dynastien der Seleukiten und Ptolemäer in Daniel 11 ist derart exakt nachvollziehbar, dass sogar Kritiker zugeben müssen, dass eindeutig diese beiden historischen Königshäuser gemeint sind. Weil Bibelkritiker aber nur ungern akzeptieren, dass in der Bibel echte Prophetie existiert, neigen viele von ihnen dazu, den Propheten Daniel, der im 6. Jahrhundert v. Chr. schrieb, später zu datieren. Andere hingegen sind der Meinung, Kapitel 11 sei nachträglich in den Text des Buches Daniel eingefügt worden, so dass das Buch Daniel dem Geschichtsverlauf angepasst und Stück für Stück ergänzt und schließlich zusammengefügt worden sei. Dazu hätte man allerdings immer aufs Neue, nämlich immer dann, wenn Ergänzungen erfolgt wären, alle Schriftrollen in allen Synagogen des Nahen Ostens und des Mittelmeerraumes abändern oder austauschen müssen. Das ist äußerst unwahrscheinlich, zeigt aber gleichzeitig das große Dilemma wegen der so sehr eindeutigen Aussagen in Kapitel 11. Bis jetzt ist für uns die Bedeutung der beiden Beine noch offen, denn Rom passt eindeutig nicht. Gleichzeitig suchen wir nach Weltreichen, die im vorderen Orient liegen und durch die Bibel selbst und nicht durch außerbiblische Quellen belegt werden können. Unstrittig ist, dass die Seleukiden und die Ptolemäer den weitaus größten Raum in der Prophetie Daniels einnehmen, denn die Prophetie über sie erstreckt sich von Kapitel 10 bis Kapitel 12. Nichts ist daher naheliegender, als die beiden Beine auf die Seleukiden und die Ptolemäer zu deuten. Und nichts entspricht dem biblischen Text mehr als diese Art der Deutung. Ja, sie ist tatsächlich die einzige, die uns zur Verfügung steht, wenn wir die vorgenannten Parameter erfüllt wissen wollen. Erstens, die Reichsgebiete der beiden Beine müssen im Nahen Osten liegen. Zweitens, sie müssen Nachfolger Alexanders des Großen sein. Drittens, sie müssen in Daniel erwähnt sein. Und tatsächlich ist im Daniel-Text Folgendes zu finden. Erstens, das Reichsgebiet der Seleukiden und der Ptolemäer lag im Nahen Osten. Zweitens, sie waren Nachfolger Alexanders des Großen. Drittens, Daniel räumt ihnen größten Raum und Beachtung ein. Kapitel 10, 11 und 12 Viertens, der letzte Seleukiden-König, Antiochus IV., trägt eindeutig endzeitliche Züge. Bei der bisher üblichen Auslegung der beiden Beine auf das Römische Reich wurde den Seleukiden und dem Ptolemäern kaum bis keine Beachtung geschenkt, obwohl diese beiden den weitaus größten Raum in der danielischen Prophetie einnehmen. Antiochus IV. Epiphanes wird zwar allgemein als der Typus für den Antichristen schlechthin angesehen, gleichzeitig vermutet man den Antichristen aber in Rom und gerät somit seine Auslegung vollends durcheinander. Dem Bibeltext weitaus angemessener ist es hingegen, die beiden Beine auf die Seleukiden und die Ptolemäer auszulegen. Wie schon erwähnt, nimmt kein anderes Weltreich, weder Babylon, noch Medo-Persien, noch Alexander der Große, so viel Raum ein wie die beiden Dynastien der Seleukiden und der Ptolemäer in Kapitel 11. Dabei gilt es zu bedenken, dass das komplette Kapitel 10 und zumindest Teile von Kapitel 12 als zur Prophetie von Kapitel 11 zugehörig angesehen werden müssen. Somit berichten drei der insgesamt zwölf Kapitel im Propheten Daniel und somit ein Viertel des ganzen Buches über die Seleukiden und die Ptolemäer. Und schließlich gehören die Seleukiden und die Ptolemäer zu den Diadochen, die laut Daniel, siehe oben, auf Alexander den Großen folgten, sowie die Beine auf den Rumpf. Es darf also aufgrund der Textanalyse und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unterstellt werden, dass die Seleukiden und die Ptolemäer durch die beiden eisernen Beine dargestellt werden. Damit haben wir jetzt einen sehr wichtigen Fortschritt in der Auslegung des Standbildes gemacht. Denn jetzt stehen die beiden Beine unterhalb des Rumpfes und unsere Liste der Weltreiche sieht vorerst so aus. Der Kopf ist Babylon, Brust und Arme sind Medopersien, Bauch und Seiten sind Alexander der Große, die zwei Beine sind die Seleukiden und die Ptolemäer, die 10 Zehen sind noch fraglich. Kapitel 9.11 Eine gesunde Verunsicherung Die beiden Beine des Standbildes auf die Seleukiden und die Ptolemäer auszulegen ist neu und entspricht so gar nicht den bisher geläufigen Vorstellungen und Interpretationen. Dass das Römische Reich und damit auch Europa im Buch Daniel keinerlei Erwähnung finden und keine Rolle spielen sollen, klingt zunächst unmöglich bis falsch. Die unter Umständen auftretende Irritation liegt aber nicht am Bibeltext oder an der hier beschriebenen Sicht, sondern lediglich daran, dass in der Vergangenheit eine Auslegung akzeptiert wurde, die keine biblische Grundlage im Daniel-Text hatte und hat. Es gilt also wie bei jeder Auslegung, sich eng an den Text der Bibel zu halten und nicht eigenen Vorstellungen zu folgen. Bei der Auslegung der Bibel und eben auch bei Auslegungen zum Propheten Daniel ist es unbedingt wichtig, zuerst den Bibeltext genau zu analysieren und erst dann Schlussfolgerungen zu ziehen, und zwar unabhängig von eigenen Vorstellungen oder gar Vorlieben. Das ist Grundsatz aller biblischen Auslegung. Bei der Auslegung der beiden Beine auf das Römische Reich und der 10 Zehen auf Europa wurde und wird diese wichtige Regel allerdings regelmäßig gebrochen. Kapitel 9.12 Konsequenzen Ganz im Gegenteil zur bisher gängigen Vorstellung sagt Daniel für die Endzeit ein neues Seleukidisches und ein neues Ptolemäisches Weltreich voraus. Da es dem letzten, dem 8. Seleukidenkönig, gelingen wird, Daniel 11, Vers 36, wird er im Gegensatz zu seinem historischen Vorbild Ägypten, nämlich die Ptolemäer, besiegen und so die endzeitliche Rolle des historischen Alexander des Großen einnehmen. Er wird der Herrscher der Welt werden, der Antichrist. Sein Reich vereint sich auf die Eigenschaften Babylons, Medopersiens und Alexanders des Großen, denn Johannes sieht in Offenbarung 13 ein Tier aus dem Meer steigen, das gleich war einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Johannes beschreibt also ein endzeitliches Reich, ein Tier, das die Eigenschaften der drei historischen Weltreiche Babylon, Medopersien und das Alexanders des Großen auf sich vereint. Aber Johannes listet sie in umgekehrter Reihenfolge auf, denn er schreibt von einem Panther, einem Bären und einem Löwen. Der Panther stand für Alexander den Großen, der Bär für Medopersien und der Löwe für Babylon. Wenn aber Johannes in der Offenbarung die Weltreiche in umgekehrter Reihenfolge aufzählt, scheint es so, als ob Gott die Weltgeschichte umkehrt und zurückführt und zwar nicht bis zum Römischen Reich, sondern noch weiter zurück, bis zu den Seleukiden und den Ptolemäern, ja eigentlich zurück bis Babylon. Nicht Rom, sondern die historischen Seleukiden und Ptolemäerkönige kommen am Ende der Gemeindezeit noch einmal auf, wenn auch kleiner als Füße und schwächer als ihre historischen Pendants, weil Eisen mit Ton gemischt ist. Am Ende der Zeit wiederholt sich eine aus der Geschichte bereits bekannte Struktur, Neoseleukiden und Neoptolemäer werden in eine Auseinandersetzung geraten, die der Neoseleukide für sich entscheiden wird. Denn der endzeitliche Nachfolger Antiochus des 4. Epiphanes wird nach Daniel 11, Vers 36 tun, was er will und es wird ihm gelingen. Ihm wird in der Endzeit nämlich das gelingen, was dem historischen Antiochus dem 4. Epiphanes am Tag von Eleusis im Jahr 168 v. Chr. versagt war, nämlich Ägypten zu besiegen und ein endzeitliches Reich in der Größe und Macht des historischen Reiches Alexanders des Großen aufzubauen, das die Eigenschaften Babylons, Medopersiens und Alexanders des Großen auf sich vereint. Das ist es, was Daniel uns zeigen will. Das Endreich wird ein Neoseleukidenreich sein, das größer ist als das Alexanders des Großen, denn sowohl Ägypten als auch Libyen und Kusch, nördlicher Sudan, sind in seinem Gefolge. Das war bei Alexander nicht der Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.